Hallo Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Video. Hey, ich bin ja gar nicht in Minecraft, was ist denn hier los? Ach man Leute, ihr habt ja schon bei Taipumel mitbekommen, ich habe irgendwie momentan Lust auch an anderen Spielen als in Minecraft. Das hatte ich eigentlich schon immer, aber ich habe es halt nie aufgenommen. Und in dem Fall ist es momentan einfach Overwatch und keine Ahnung, ich sehe halt, dass Overwatch eigentlich relativ gut ankommt. Und auch wenn ich Livestream immer gefragt werde, ob ich Overwatch spielen soll. Und ich dachte mir, hey, ich mache mal Overwatch. Beziehungsweise, ich mache jetzt noch gar kein Overwatch, ich habe mir einfach nur mal gefragt, kann man das kaputt machen? Das wäre voll cool. Nö, ach man. Die Frage ist auf jeden Fall, hätte ich Lust, das ist hier glaube ich gerade nur ein Übungsmatch oder sowas, weil wir gerade ein Match suchen. Ich habe keine Ahnung von dem Spiel. Ich habe nur Fragen, ob ihr Lust hättet, zufälligerweise, auf ein paar Videos mit Overwatch. Oder über Overwatch, von mir, hallo. Und ach, das sieht so schön aus. Diese Maps, oh Gott, ich bin verliebt in dieses Spiel, weil, keine Ahnung, Blizzard macht einfach so gut. Guckt euch das mal an. Ich meine, wow, das ist so crazy cool. Ich liebe das einfach. Oh, hi. Ja, ja. Ich bin ein richtiger Profi, sage ich euch. Naja, die Idee ist auf jeden Fall. Oh, das war ein voller Headshot, wenn das jetzt nicht gezählt hätte. Die Idee war auf jeden Fall, dass ich sozusagen, ähm, Overwatch bringe. Für Sachen, wo ich normalerweise überhaupt nichts bringen würde, weil ich den ganzen Tag Overwatch spiele. Das ist die Idee. Weil normalerweise würde ich dann Overwatch spielen und hätte dann keine Zeit mehr für richtige Videos. Ich muss dann immer so nach drei Runden aufhören und sagen, Leute, ich muss jetzt erstmal Map maken. Ich muss das und das und das, weil meine Videos sind ja nicht einfach nur aufnehmen und hochladen. Außer bei den Adventure Maps. Und deswegen, keine Ahnung, habe ich dann halt ein bisschen weniger Zeit. Und, ja. Deswegen ist es immer ein bisschen doof. Was mache ich denn mit dem Angriff? Haben wir schon einen Reinhard? Nee. Alter, ich bin jetzt ein Stuttgarter, Leute. Crazy. Ich nehme jetzt einfach die Runde auf. Okay. Das wird lustig. Ach, Mann. Mal schauen, wie das wird. Gut. Ich bin ein Reinhard. Ich habe keine Ahnung von dem Kerl. Aber, ja. Cool. Puh, Alter. Crazy. Ach, es ist so cool, dass man alles kaputt machen kann. Ach, Mann. Ich bin immer sehr happy, muss ich sagen, wenn ich das Spiel spiele. Keine Ahnung. Einfach wegen allem. Guck mal, das kann man auch kaputt machen. Ja, wow. Ja, wow. Ja, wow. Hier finde ich... Ach, Mann. Okay, gut. Ich, tut mir leid. Ich bin wirklich extrem happy bei dem Spiel. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Und nur da kann ich den Helm wechseln. Ist ja crazy. So, okay. Ach, Mann, McCree hier. Ach, Mann, McCree hier. Ich bin immer 12 Uhr mittags. Der macht dir immer etan noon. Oder eure letzte Stunde halt geschlagen oder sowas. Und dann, keine Ahnung, gibt es halt diesen Running-Gag eigentlich. Dass es eben nicht irgendwie so und so viel Uhr ist, sondern irgendwie, keine Ahnung. Egal, vergesst es, was ich gesagt habe. Ich bin langweilig. Sorry. Okay, wir nehmen jetzt einfach mal diese Runde testweise auf. Und ihr könnt ja gucken, was ihr davon haltet. Normalerweise ist es natürlich irgendwie geschnitten oder so. Oder mit Freunden aufgenommen. Irgendwas in der Richtung. Oh, Gott, das war eine dumme Idee. Nein, hoffe ich, einzufrieren. Bitte, danke. So. Los, kommt, Leute. Wie in der rein? Kommt doch mit. Hallo. Boah, ja, 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 komm. Hier rein, los. Ah. Ach, Mann. Ich weiß, ehrlich gesagt, nicht mehr wie dieses Spiel spielt. Aber das können wir ja zusammen lernen. Alter. Ich weiß ja echt nicht. Also, ich gehe einfach wieder. Tschüss. Wo ist mein Team? Ach, Mann. Ach, guck mal, da ist mein Team. Hallo. Kommt, Leute, wir gehen jetzt einfach da rein. Kommt doch einfach mit. Los. Leute. Ich kann mich nicht umdrehen und zu euch gucken. Kommt jetzt einfach mit rein hier. Boah, seid ihr doof? Boah, gehe ich halt alleine. Tschüss. So eine doofe Kacke. Ey. Hashtag A. Hehehe. Ja. Ja, das war doch mal eine lustige Aktion. Hup, wo sie hin? Ah, die spielt schon wieder Titanfall. Hacker. Falsches Spiel, Mann. So. So. Okay, gut, Mercy kann man eh nicht treffen. Die können immer irgendwie wegspringen. Easy, Leute. Ha. Ha. Ich bin ein Reinhard Main, sage ich euch, Leute. Ich habe schon mindestens eine Stunde mit dem gespielt. Ich habe einen Skin von denen bekommen. Deswegen finde ich ihn voll cool. Ey. Voll ein. Jetzt reicht's. Ah. Tschüss. Oh Mann. Ich fühle mich auch wie neu übergeboren, Leute. Hallo. Es geht ab. Fuck. Oh Gott. Okay. Bestell habe ich jetzt echt überhaupt keine Lust. Oh Gott, nein, nein. Okay, jetzt bin ich tot. Doch nicht. Ah. Stirb doch. Nein. Allein stehen. Okay, da war eine Diva. Ach, Mann. Okay. Gut, vielleicht hat er... Also, kleiner Live-Tipp erstmal so für euch. Geht einfach nicht zu tief rein. Ja, das ist immer ganz wichtig. Nicht zu tief reingehen. Das kann immer sehr schmerzhaft werden. Ähm. Vergiss, was ich gesagt habe. Hui. Hallo. Ey, guck mal. Ich muss gar nicht selber schilden. Voll nett. Langsam. Hallo, Leute. Eieieiei. Es geht nur mit dem ab. Ja, da war echt ein Aggressionsproblem. Alter. Es wird zu viel Schaden sein. Ich bin zu nah dran. Hm. Kommen wir denn da jetzt weiter, Leute? Hallo? Wo ist mein Team? Team? Hallo? Tief. Ach, da hinten. Was machen die denn da? Sie sind verrückt? Ich komme, Leute. Hallo. Oh, nein. Ach, crazy. Hier geht es ja auch rum. Wie cool. Was? Oh, wie lange geht denn dieses Ding? Ich dachte, ich habe es so richtig getimed. Aber das geht ja ewig, dieses Teil. Oh, ich wollte Maiso gegen die Wand hauen. Oh, das finde ich jetzt traurig. Oh. Hm. Eieiei. Ich bin kratzig. Hilfe. Warte. Ach, wir haben ja schon den ersten, ne? Ja, das haben wir ja easy gemacht. Oh, Leute. Wir sind eigentlich voll gut in der Zeit. Weeieiei. Ach, scheiße. Okay, ich bin alleine. Was macht der Reaper da oben, ey? So, Leute. Ich mache jetzt fünf Schaden. Piu, piu, piu. Oh, Gott, nein. Ich habe richtige Orte. Mal Hilfe. Ich gehe jetzt hier hinten rum. Ich wusste gar nicht, dass es hier lang geht. Guck dir das mal an. Wie cool. Ich bin hier doch nie lang gelaufen. Piu, 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 piu. Eng. Alter. Mann. Was haben wir denn eigentlich? Alter. Ich glaube, ich nehme gleich den Robomönch, Leute. Der hat den coolen Skin. Der den Robo-Unge. Alter. Wir haben noch ein bisschen Leben in Reinhardt. Deswegen ist es kein Problem, Leute. Ich weiß auch gar nicht, ob das Spiel zu laut ist, muss ich sagen. Sieht sehr laut aus. Ich glaube, das stimmt. Alles so, wie es sein sollte. Naja. Ansonsten, äh, seid ihr dran schuld. Ach, Moment, hier lang. Nein, bitte töten, bitte. Hallo? Eieiei, hör doch mal auf. Fuck! Okay, Leute, da ist ein Geschütz. Hm? Okay, es ist weg. Okay, ich hab euch alle... Ach, Mann! Moment mal, ich lebe noch. Obwohl ich so dumm war. Ja, das macht Sinn. Doch, ja. Finde ich gerecht. Ah, ich fühle mich wie ich nur in die Hose. So, perfekt. Das ist auch abgehalten. Ich bin so ein Profi-MLG-Player, Leute. Alter, May! Ich hasse dieses Mädchen. God damn it. Oh, Mann. Ich bin müde. Okay. Ich hab noch nicht einmal meine Ulti benutzt. Das hätt ich vielleicht machen sollen. Hm. Wir haben noch vier Minuten. Wir sind immer noch total gut in der Zeit, Leute. Lasst euch nichts anderes sagen. Nee! Nee, 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 nee. Was gibt's aufs Maul? Bleib bloß stehen! Ich komm gleich zurück und dann gibt's aufs Maul. Warte. Bleib stehen! Bleib doch einfach im Leben! Was? Los! Alter, ohne Witz. Das gibt's doch nicht! Nee, nee, okay. Ich geh. Tschüss. What the fuck? Was ist denn May so ätzend? Dumme Scheiße, ey. Nein, bitte nicht. Ach, Mann. Oh, nie. Ach ja, Reinhardt sind echt die besten Gameplays, muss ich sagen. Kann man mich die ganze Zeit von hinten sehen. Ich fühl mich wie in einem RPG, Leute. Hallo. Könnt ihr mal alle bitte runtergehen? Ich will hier einen nehmen. Oh, oh. Jetzt wird es kritisch. Es wird kritisch, Leute. Oh nein. Nein, 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 nein. Kudu, kudu, kudu. Fuck. Okay, der kam von hinten. Ich hasse es, wenn sie von hinten kommen. Ich hasse es. Schlimme Sache. Schlimme Sache. Ich hab mal schon wieder meine Ulti. Aber wenn ihr mir irgendwelche Tipps geben könnt. Warte mal. Aber wenn ich jetzt hier Larkampf mache, ist es doch genau dasselbe, oder? Ja, hab ich auch gar nicht. Okay, verstehe. Komm her, Mei. Ah, ich krieg nicht noch. Ja. 20 Punkte für bekommen, Leute. Easy. Ja, ist ja okay. Kommt ihr mit. Aber wir nehmen den jetzt hoch. Hm, wir nehmen den jetzt einen, Leute. Oh. Oh, Mann. Das nennt man Vollkontakt. Das nennt man Vollkontakt. Das ist tatsächlich nicht wahr. Hallo, Leute. Oh, Lull. Ich hasse Mei. Mann, darum ist die so nervig. Einfach so schwierig, diesen Punkt einzunehmen. Wir brauchen irgendwie... Weiß ich nicht, was wir brauchen. Kenji. Oder drei davon. Wir lassen den Hammer nicht fallen, Leute. Drop the Hammer. Alter, pass auf. Hm, ich finde es so geil, wie Widowmaker rumläuft. Das ist richtig dämlich. Ich verstehe nicht, wie man mit so hohen Schuhen rumlaufen kann. Okay. Alter, 60 Sekunden, Leute. Engage. Engage. Okay. Alter. Oh Gott, nein. Ich bin der Ulti an. Lass mich in Ruhe. Du dummer Scheißkampfzwerg. Nein. Lass mich in Ruhe. Bitte nicht. Ah, geprankt. Fuck. Doch nicht. War doch nicht geprankt. Fuck. Hat er mich mit seinem Hammer umgebracht? Wow. Wow. Ja, und die lassen sich dann hier schon umbringen. Okay. Okay, Leute. Ich glaube, wir haben verloren. Ach, Mann. Oh, Mann. Es hat so gut angefangen. Und dann... Durch die Mayulti durch. Wuuuuh. Jetzt geht's los. Jetzt ist die Tracer am Bienen. Okay. Ich komme. Dich fick ich noch. Irgendwann. Vielleicht. Moment mal. Kacke, Mann. Die May. Äh. Die Diva. Einfach eine Längerung rauszögern bis zum Tode, ey. Ne. Ne. Das schaffen wir nicht mehr. Cool. Ne. Ja, das war eine Runde Overwatch von mir. Ungeschnitten und unkommentiert und was auch immer. Ähm. Ja. Sagt mir mal Bescheid, was ihr davon haltet. Wie ihr meinen Kommentarstil mögt. Oder ob ich lieber bei Minnekraft bleiben sollte. Weil ich zu schlecht dafür bin. Naja. Ich werde es auf jeden Fall weiterspielen. Gut. Gut. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ich werde jetzt einfach die Stopp-Taste drücken. Ha. Haha. Bis dann. Ha. Ha. Ha.